Ähm, how was your day? Ey, relax doch. Oh, nee. So, Dina, jetzt aber rausgekommen. Du kannst jetzt hier auch aussteigen, ne? Ja. So, und dann fährst du jetzt nach Hause und dann guckst du mal, wo du dann bleibst, sag ich mal, ja? So, willst du dir nicht helfen, den Koffer raus? Ich mach den Kofferraum, kann ich dir gerne aufmachen. Boah! Alter, endlich weg. Boah! Junge, 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 Junge. Guck mal. Die Weiber, ne? Ui, guck mal. Wir fahren jetzt zu Amars-Event. Es gibt ein Paintball-Event. Okay, Leute, Rewi geht da gerade rein. Ich hab mir überlegt, er hat gesagt, nichts für den Vlog machen, keine Scheiße bauen, nicht mit dem Auto wegfahren oder irgendwas. Ich werd jetzt gleich einfach die Kamera auf ihn halten. Es geht. Ich werd jetzt gleich einfach die Kamera auf ihn halten und dann tue ich so, als wär irgendwas, aber es ist gar nichts. Bisschen Psychologie. Auch mal reingucken in die Psyche. Auch mal links gucken. Gucken, ob der Gang irgendwie auch... Ich sag vielleicht mal zum Psychologen. Fällt dir nichts auf? Was? Fällt dir nichts auf? Das soll mir aufgefallen sein. Was hast du gemacht? Hast du irgendwas im Auto verändert? Ne, mir fällt nichts auf, was? Dings, wir sind grad getestet worden. Ich lieb's. Wir haben hier einfach komplett Brandenburg nachgebaut aus dem Erf. Siehst du das? Hey, Micky, du siehst aus, als würdest du euch jagen gehen. No joke. Ich geh auch jagen. Ich geh euch jagen. Soll ich bei dir auch zumachen? Sag, wer zu eng ist, ja? Bro, Bro, Max, das passt ganz knapp. No joke. Guck mal, ist das so normal? Ist das so normal? Ich kann wachsen bei so einem zumachen. Mach mal ein bisschen lockerer. Das fühlt sich echt. Mach mal ein bisschen lockerer. Es geht nicht, dann ist los. Locker ist so. Bisschen lockerer noch? Warte, also das lockerste Welle, was ich machen kann, ist so. Jungs. Ist offen. Super Mario, das soll ich dir nehmen? Ne, warte, ich überlege, was ist cooler? Pikachu oder Super Mario? Für was? Hey, du gehst für Pikachu. Da sind wir aber überauffällig, ne? Quatsch. Er ist doch knalllos. Jetzt ist er aus wie Klammerrahmach. Döne auffällig. Digga, ich bin auch safe nicht auffällig mit den Gelben. Wie bist du da rein gekommen? Nee, ist chillig, Bro. Ja? Oder? Der neue Amazon andersweiß mit dem Teller nicht mehr. Ist auch chillig. Ist auch chillig. Ah, AMA Studios. AMA Studios. Junge. Boah, das geht geil, Jungs. Was ist los? Äh, Special. Wir sind alle Streamer, alle YouTuber hier. Große Paintball-Schlacht. Wir haben vier verschiedene Maps. Es wird so geil, einfach. Ich hab einen richtig krassen Skin. Wer bin ich? Äh... Schau das Geld aus. Richtig. Ich würd sagen, ich wähl mal den gegnerischen Team-Captain. Und es ist... REWI. Der Schlechteste. Irgendwie das goldene Hähnchen mit Handschuhen schon. Max. Entschuldigung. Pass. Eingeschossen. 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 Sehr geil. Trimax. Chillig. Uuu. Deine Mann, Deinne. Apps. Oh. 給driven. Standard skill. Uuu. Amかったist. Beste. Ne fool, wie gekostetiert vom. Amity. Monte. Confía´s Team Monte. Ach du war aber doch gleich zu den Cheggen nick, Balkei. Ach du mit der Dräman? Ich bin natürlich das ganz große Los gezogen. Ich sage eben, ich will nicht Team Captain sein. Junge, warum ich? Wieso? Okay, pass auf. Ich bin Team Captain geworden. Ich sehe nichts, kann ich mit Brille spielen und mein Ohr ist immer noch taub. Und ich habe zwei Raucher im Team. Sascha raucht nicht, Monte nur eigentlich. Und jetzt geht's los. Ihr könnt jetzt euch die ganzen Stream-Heilers reinziehen. Ihr gebt hier mal zu sehen. Viel Spaß dabei. Musik Nein, 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 nein! Jolla, jolla, jolla! Musik 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 Das ist Stani, Deadpool, getroffen, geht raus. Der ist raus, der ist raus, linke Seite ist raus. Schön sicher in seiner Hütte, TriMax. Wir können ran. Jungs, die brauchen links außen. Hände auf den Buzzer. Linke Seite einer durch, hat einen Hüt, ist raus, ist raus, ist raus. Noch mal drauf schießen. Jungs, geht in das Haus, links rein. Putsch vorher, geh vor, geh rein. Guter Goal. Bleib da, Fane, bleib da, bleib da. Amar hat alles im Blick, Amar hat das voll im Blick. Die TriMax, sind die fünf Minuten durch. Keine Chance hatten die anderen, keine Chance. Amar hat es getroffen. Die schießen dauerhaft nicht. Die haben gewassert, die haben gewassert. Ich hab Micky, einer aus rechts. Die beiden Buzzerrand gewesen. Oh nein. Vielleicht noch zwei Minuten. Jungs, wir liegen vorne, haltet, haltet. Ich hab echt diese Runde eingebaut. Da sind eigentlich schon zwei ums Gans raus. Wichtig? Let's go, Sebastian. Nice, Digga. Hatten wir jetzt gewonnen oder verloren? Das war Jonas wirklich. Was? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, ihr Idioten. Was, wir haben gewonnen? Wir haben lost einfach. Uns wird gesagt, ihr seid Team Rot. Was mache ich? Ich bin zum wichtigsten Punkt, hol Team Rot Punkt. Plötzlich sind wir Team Gelb heißt am Ende, alles klar. Ja, ist schade, Amar, dass du so spielst, wirklich. Ist einfach nur schade. Wichtigste Rundenpunkte sofort geholt, aber falsch gebuzzert. Und die sagen auch noch, ne, ne, das waren wir. Wir haben die Punkte geholt. Wir standen legit fünf Minuten vor dieser Kirche und haben einfach gesagt, wir haben's. Ja, richtig. Links kommt einer durch. Links kommt einer durch. Links kommt einer durch. Rechte ist er. Wir brauchen die Linke. Also den Händen. Wir brauchen die Linke, Jungs. Pass auf, da ist einer, Stanni. Wir hören. Ist er echt zwei unter. War mir rechts. Nicht falsch buzzern, bitte nicht falsch buzzern. Revis Rot, Amars, Team ist Gelb. Da ist der Buzzer. Geh zurück, Sascha. Geh zurück, geh zurück. Ich guck rechte Seite. Stanni, ich guck bei dir. Haben wir die Mitte? Haben wir die Mitte? Mitte haben wir. Haben wir die Mitte? Ja, haben wir. Haben wir, haben wir. Wir müssen Punkte holen. Amar, du musst raus. Regenstein vorne zu liegen. 634 gegen 603. Wer hat gewonnen? Team Revi holt sich The Village. Nach großartiger Gegenwehr von Team Amar. Ganz enges Ding. Sascha. Wir haben es so stark getragen, Junge. No joke. Bruder, ich muss, ich war mehr Mitte und rechts. Ist egal, ich war mit Pain komplett am Haus die ganze Zeit, Dinger. No joke. Ich glaube sogar, ich glaube sogar, wenn wir ihn richtig gebuttert hätten, hätten wir die Runde safe aufgehabt. Auf jeden Fall. Ey, ihr glaubt nicht, wie krank anstrengend ist das jetzt. No joke. Bist du auch komplett nass hoch? Bro, ich bin Schuhe, es ist Wasser, Digger. Ich bin so ein bisschen geslidet und so. Es macht so Bock, man. No joke. So geil. Der Krieg, Digger. So, Start. Und, äh, Rauchkerze gezogen. Ich steh nicht in dem Auch, Jungs. Ist dem Kottmira einer drin, Danny? Die machen Auge auf meine Füße, Shani. Er ist oben, er ist oben, er ist oben. Er ist oben im Peak. Er ist Fenster. Er ist oben im Peak. Er ist im Peak. Er ist oben im Peak. Er ist schon ein Fusen. Let's go, Max! Ist nur eine Maschine! Steine Dead! Sauber, Max, Sauber! Und wichtig, Digger! Wichtig und richtig! Gut gemacht, Steine. Richtig und wichtig! Steine, ihr habt drei Runden, drei Kiss geholt und Max auch. Den Punkt, den sie brauchen, den sie benötigten zum Gesamtsieg am heutigen One Million Special von Amar. 5 zu 3! War ich so dumm da so, ich bin halt nicht mehr weggekommen. Das Problem ist, du hast Revi getroffen. Es ist Hebi, der Schnickschnack-Schnuckkönig. Oh, fast. Alter, Digga, das ist ja immer genau das Ding. Ja, das ist richtig nett. Hey, Amar, danke für das Event. Das war mega geil, danke. Sehr gerne. Können wir noch gerne nochmal machen, ja? Können wir öfter machen, ja? Ja. Meine Schuhe sind komplett voller Wasser, seit vier Stunden. Echt? Ja. Hast du Wechselschuhe dabei? Ja, ich mag schon. Ja, das ist gut. Aber ey, jetzt mal ehrlich, no joke, bro. Alles gut, ich bin für eine Million. Ja, da seid ihr ja schon, ne? Das hast du echt gut hinbekommen, Mann. Geht's dir gut? Ja. Bist du zufrieden? Ich bin, ey, Digga, ich bin mehr als happy. Ich check mal gerne Amar auf OnlyFans. OnlyFans hab ich ja, 49,99. Und ansonsten, ciao. Haut rein, macht's gut. Ich bin, 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 ich bin Bis zum nächsten Mal.